was drehs noch da ui sandig hier meine lieblingskurve diesmal langsam oh knack da sind da so gute schaltwerke eingestellt ja ja jetzt mal los gehs noch machen der ist ein bisschen tricky hier irgendwas ist locker das war dumm richtiges road gap ich sag doch was da ich meine reue sattel ich habe mal einen sattel oben gehabt das war schon double ply oder? ja aber ok da ist der... ich bin grad nicht sicher und der ist auch komplett runter also kein wunder dass du so auf den platten hast ach andre muap muap ok 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 Das war's. das muss doch ein bisschen anleger sein looses zeug teilweise Okay. Okay. Nies, was ist die Kacke? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.